Hey zusammen! Willkommen zurück zu GTA 4. Heute werden wir uns vermutlich von dem einen oder anderen hoch rauswerfen. Ja, geil. Natürlich. Da können wir auch direkt wieder die Reparatur einleiten. Warte, was ist es denn? 4, 8, 2. Ich kann mir das sowieso nie merken. Deswegen gut, dass ich hier eine Liste habe. Eure Tipps vom letzten Part kann ich jetzt noch nicht einbeziehen, weil ich den noch gar nicht hochgeladen habe. Also, klar, für euch. Ihr könnt den jetzt schon angucken, aber ich habe den zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht hochgeladen und freigeschaltet. Warte mal, wir gehen jetzt am besten mal... Wohin gehen wir denn? Warte mal, wir gehen jetzt einfach mal seitlich. Ich glaube da... Okay, nee, er dreht sich. Verdammt. Toll! Jetzt sind wir gerade in Downtown. Wir können ja mal da hin. Warte, nein! Dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! Nein! Ah! Hör doch auf, dagegen zu... zu steuern. So, mal SDRG. Alt. Ich kann einfach mal nachgucken. Moment. Das steht doch hier bestimmt irgendwo. Steuerung. Dastatur und Maus. Ah! Okay, zu Fuß. Im Fahrzeug. Hubschrauber da. Puh, Schub schneller. Weh. Machen Sie mal Neigung nach oben. Ach, mit Numpad. Okay. Kann ich gerne mal probieren. Ah ja, okay. Etwas umständlich, aber so... klappt das dann wenigstens mal, Alter. Boah, was geht denn ab? Wie übertrieben ist das denn? Okay, also beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall keine Probleme damit haben. Einfach aufhören, aufhören. Wie soll man denn parken? Das geht doch gar nicht. Nein, 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 nein. Ja, 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 und... Ja, nein, 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 nein. Aussteigen. Okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht zermatscht werde. Den springen wir jetzt eben weg. Oh! Und da fliegt er, komm! Who can say... Hört man nicht. Schade. Wir können ja auch einfach mal... Genau. Wir können einfach mal einen Wagen hier hochcheaten und dann damit runterfahren und gucken, was passiert. So, mal gucken. Äh, am besten mal den Buffalo. 2, 7. Oder damit ein Motorrad ist das bestimmt auch witzig. 2, 2, 7. 5, 5, 5. Äh, okay. Muss man nur gucken, dass er auch richtig spawnt. Ja, toll. Und wo bist du? Hallo? Ja! Ah, ist das ätzend. Okay, dann probieren wir es mal so. Nochmal. 2, 2, 7. Oder, glaube ich, 5, 5, 5. 0, 1, 100. Ah, okay. Das sollte gehen. Ist ja zwar auch nicht optimal, aber... Das klappt bestimmt. Oh, Alter. Ey, nee, ne? Ach, komm. Hahaha. Super. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Aber die Federung ist anscheinend sehr gut. Warte mal, wir steigen nochmal aus. Kann ich den nicht irgendwie wegschubsen? Nee, ich denke nicht, ne? Mit der Granate ist es so ein bisschen. Aber... Ich glaube... Ja, da explodiert der Wagen direkt. Nice! Okay. Dann probieren wir das einfach mal hier. Sekunde. Da müsste ich eigentlich schaffen, da irgendwie, weiß ich nicht... Drüber zu fahren dann. Wenn ich mal im Wagen drin bin. Und der da nicht so wenig festhängt. Ja. Gut. Das ist schon mal ein Anfang. Da gehen wir jetzt rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier runter plumpsen. Okay. Das... Das ist sehr optimal für sowas. Das Dach. Ja. Yay! Naja. Naja. Und wo bin ich? Ja, weißt du? Und dann lande ich genau in dem Areal, wo man nicht mehr rauskommen kann. Schlimm. Einfach schlimm. So. Jegliche Beweise vernichten. Oh. Ich wollte mir die Explosion eigentlich angucken. Oh. Guten Tag. Hoa! Natürlich nicht erwischt. Wo bist du denn? Und go! Ach. Treffe ich doch nie. Alter, habe ich ihn erwischt? Nee, ne? Nee. Oh, guten Tag. Bam! Dann kommt mal her. Dann töte ich einfach mal ein paar. Sag mal. Gegen den Baum. Gegen den Wagen. Alter, was überleben die denn alles? Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Kann ich den oben raus-snipern? Ja, toll. Hier sehe ich echt viel. Okay, der ist tot. Was? Fliegt der runter? Nee. Haha. Er fällt, er fällt, er fällt. Meiner, meiner, meiner. Oh, ich will ihn. Kann man den da nicht irgendwie rausballern? Jetzt geht der weg. Egal. Nehmen wir den. Mal. Die Maus, ne? Gerade. Ach, komm. Lauf. 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 Ich kann so nicht zielen. Jetzt verreckt doch. Hahaha. Kann man den überhaupt rausballern? Weiß doch gar nicht. Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Mal. Ja, geht doch. Alter. Ja, toll. Nein. Nein. Komm. Machen wir einen auf Rambo. Ja. Ist okay. Ist okay. Geht weg. Oh, nein. Ich muss fliehen. Ich muss fliehen. Oh, geil. Swat on night. Weg, 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 weg. Schnell. Nein, meine HP. Meine HP. Ah. Okay. Erstmal ausmachen. Nein, nein, nein. Oh, ist aber auch nicht gerade das. beste Fahrzeug, wie ich finde. Steuert sich jetzt nicht so toll. Oh, geht alle weg. Geht alle weg. Wuhu. Oh, oh. Nein, nein. Pass auf. Da sind Bäume. Wo bin ich hier überhaupt? Äh. Ja. Natürlich. Ich bin hierhin gekommen. Nein, 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 nein. Oh, shit. Oh. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal eben eine Runde cheaten. Warte mal. 4, 8, 2. Go. Erstmal etwas HP regenerieren lassen. Hä? Was? 4, 8, 2. 5, 5, 5, 5. Null. Äh. Ist okay. Wer ist dein Problem? Oh, oh. Ja. Sehr gut. Dann holen wir uns auf jeden Fall 3, 5, 9. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh. Du verkackter Homo. Ja, natürlich. Bist du nicht dein Ernst? Wie soll ich denn so cheaten? Das geht doch gar nicht. So, warte. Wie war das? 3, 5, 9. 3, 5, 9. 5, 5, 5. Schnell, schnell, schnell. Go, go, go. Nein. Nein. Ja. Komm. Einsteigen. 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 Ah. Ich bin drin. Geht. Alle weg von mir. Wie man damit zielen kann, weiß ich gerade auch nicht. Gibt's da nicht irgendwie eine... Hä? Nee, ich glaub, wenn man zu zweit da drin ist, dann geht das. Warte mal, ich verpiss mich mal eben. Schnell nach oben. Nein. Ich qualln. Ich qualln. Alt. STRG. Shift. Nee. Das bringt alles nix. Aber es sieht schon echt schön aus hier. Das Wasser da unten ist nur übelst am rumflackern. Äh. Komm. Gegen dat Gebäude. Wissen wir mal links aussteigt. Bisschen nach vorne neigen. Und go. Nein. Oh, fuck. Viel zu früh. Oder? Nee. Fuck. Falscher Winkel. Auf die Limousine. Auf die Limousine. Oh. Toll. Na super. Genau. Nochmal umgucken. Oh. Da um ist mein Heli. Schade. Ah. Na super. Guten Tag. Ich hab hier was für dich. Tschüss. Ach, guck mal. Hä? Die vorherige? Nee, oder? Und. Oh yeah. So ist das geil. Nein. Ich will ihn treffen. Hä? Hallo? Egal. Dann den da hinten. Oder hier. Die Gruppe. Die Gruppe. Die Gruppe. Durch den Baum. Oh. Was sind die denn so schnell? Getroffen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Den hier aber. Den hier aber. Den hier aber. Und? Ja. Lebt er noch? Nee. Der ist tot. Und. Hat sich weggeportet. Noch ne Limousine. Warum das denn? Oh. Oh. Ich war dat nicht. Ich war dat doch gar nicht. So. Dann nehmen wir jetzt den Wagen. Spring die nochmal ihm weg. Was? Drücke hier eben diese Waffe aufzunehmen. Ach so. Nee. Dat will ich nicht. Geil. Da brennt mein Wagen. Oh. Wow. Geh weg. Und. Hui. Oh nein. Wisst ihr. Hier an der Stelle sind mir früher so viele coole Tode passiert. Aber jetzt habe ich einfach Pech. Nein. Oh. Was weicht der denn aus? Na egal. Steig ein. Steig ein. Da. Ja. Genau da rein. Ja. Trieb top. Und tschüss. Oh. Ich glaube die kann man auch. Das sind voll die coolen Dinger. Waren die dat nicht? Ah doch. Wo Feuer rauskommt. Wenn man gegen ballert. Aber explodieren tun die nicht. Schade. Oh oh. Nein. Ich habe einen Platten. Warte mal. Dann versuchen wir mal eben hier durch die Barriere durchzukommen. Was war denn dat bitte? Und jetzt bekomme ich vermutlich 5 Sterne. Weil ich mein Areal verlasse. Nochmal eben gucken. Was können wir denn hier? Wegballern. Hui. Ja. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh ja. Genau. Natürlich. Was. Ey. Lass mich alle in Ruhe. Nein. Komm. Ja. Das war doch. Nice. Hier Sterne haben wir. Ja. Aber anscheinend bin ich nur in einem Bereich wo dat. Oh geil. Wo dat geht. Wo man noch rumfahren darf. Und jetzt ein total unspektakulärer Tod gegen Ende. Go. 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 Oh. Ja. Geht doch. Da bin ich verreckt. Gut Leute. Ich würde sagen dat war dat mit diesem Part. Dat war jetzt eher so random. Random Shit. Vielleicht gehen wir nächstes Mal wieder zur Brücke. Woll ich schon sagen. Zur Schaukel. Wenn ihr dat sehen wollt. Gab's ja bis jetzt auch schon zwei Parts. Einfach mal die vorherigen Folgen gucken. Wir sehen uns beim nächsten Part. Wäre natürlich nett wenn ihr diesen Part hier noch eben bewerten könntet. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.